So, willkommen zur anderen neuen Runde Skywars. Wir machen heute wieder mal eine Runde, das Video endet, wenn. Heute machen wir mal, das Video endet, wenn jemand im Chat reinflamet, sich abfuckt, irgendwie sowas in die Richtung. Das wahrscheinlich spätestens am Ende der ersten Runde der Fall sein wird, wenn ich den auf Russisch mitteilen muss, wie lieb ich sie habe. Eke, den Tippen sollte man bekommen können. Ciao. Wenn ich so auf die Uhr schaue, bin ich mal wieder extrem dankbar, muss ich mir selber nochmal wieder extrem danken, dass ich so vorausschauend war, zu sagen, dass das Video, also dass ich das mit den Daily Videos, dass ich das machen muss, dass es zählt an dem Tag, an dem ich aufgewacht bin. Sonst hätte ich schon wieder ein ziemliches Problem, weil vor 12 kriege ich das nicht mehr fertig geschnitten, gerendert und hochgeladen. In 12 kriege ich das wahrscheinlich nicht fertig geschnitten. Es kommt drauf an, wenn die Typen jetzt schnell reinflamen, dann vielleicht. Ich glaube, der Typ hat mich richtig gerne. Und im Zweifel verkacke ich trotzdem gegen den Typen. Komm, beleidige doch rein. Komm. Die Sache ist halt die, ich habe sowieso...